Oh oh, Brotumschubser zwei Stück. Drei. Oh shit. Es sind fucking drei Brotumschubser, lol. Ja, Schlöcher. Loll. Wann war die irgendwie los? Äh, gerade ich kann nichts sehen. Vorsicht, nicht so weit an die Kante fahren wie den Kanus. Ja, also ich bin halt so ganz knapp, dass die Kanu nicht... Äh, vorhin steht Böses im Busch. Oh, Rechse. Der ist die Base von denen. Äh. Mach weiter. Oh shit. Ist es nicht... Ist es nicht Dinge? Swerpix und Locker? Ja. Alter, was die alles am Start haben, ey. Da guckt nur so ein paar Kanu-Schwänzchen raus. Aber die sind gebrütet, manche davon. Oh, das Tor geht auf! Ey, pass mal auf, da ist schlimm Kano draußen, die schießen vielleicht. Äh. Fahr weiter. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Ich balle auf die, oder das? Ja, ich balle auf die. Rechts ist ne Alpharex. Ein Hit-Spieler. Den können wir vielleicht nutzen. Ja, halt, ich drehe ihn wieder um. Wir werden halt... Ja... Ja, halt, ich drehe ihn wieder um. Ja, natürlich. Also, Vapix hat grad'n Brust-Hit. Oh, Mann. Ah, wissen wir, wir haben schon mal ne Base. Das ist auch schon mal super. War halt so klar, dass jemand den Kano bauen. Bösen Buben. Ja, solange der Alpharex sich auf uns geht, Ghost, ne? So, ich dachte gerade, der Tod ist jetzt. Ja, ich mein, wir können halt ins Wasser eiern, wir sind halt schon schneller mit dem Boot. Ja. Normalerweise. Alter, wie die uns direkt gehört haben. Jetzt gefeiert, wenn wir einfach mitten vor der Base vom Boot um Schubser gefickt worden werden. Ja. Alter, das ist schon so zwei Kano gegen Dens, drei Rexen. Die sind halt gebrütet, Densviecher. Ah, das ist klar. Nornalpharex. Ja, easy. Alter, die Ecke ist gar nicht so dumm für so kleine Base. Mhm. Ah ja, klar bei denen, dass es nicht dumm ist, was sie da machen. Recht bei Nogga, Alter. Der muss ja alles genau gerade stehen haben. Ah, alles geplant. Der hat mich natürlich auch besnipen können. Oh. Lol. Ähm. Ach, ich weiß. Christa hat den Disconnect. Christa hat gerade ins Server gelieft. Ach, Leute. Da vorne ist ein Kano. Jo, ich guck gleich. Soßen. E-Mail 43. Ach, komm. Mail gibt's anscheinend nicht mehr. Mikrofon aktiviert. Ja, genau. Lass mal Rebix fragen, ob die uns ein Kano geben können. Ja, gebrüteten am besten. Das war aber dann so scherp. Ich glaub mit dem Boot und Schubs dann, ne? Da vorne wär nochmal ein Kano. Mail 28. Ja, lass den mal tame. Ja, das ist halt den genauen Rex da nehmen, wo ne Alpharex. Ja? Das ist doch nicht tame, oder? L answers. Das ist Klaus ne Alpharex nehmen. Wollen wir den mal anschiessen und hinterherziehen? Ja, können wir machen Thomas, ich bleib mal hier stehen Ah, ich kann schon alleine am Ballern Ja, ja, halt Wenn ich treffen würde Hab getroffen, jetzt geht er auf den rechts Ah, er kommt, ne Ach komm, du Vollidiot, okay, der ist RIP Der feiert gegen Rex Da vorne steht noch ein Kano Ja, ich gucke Male, 18 Der ist so low Wir könnten ja auch den Alpha Kano nehmen Ja Welches Level ist Alpha Kano? Wo ist hier da? Ach da 28 Perfekt Wow Wird ne geile Kreuzung Alpha und normal E-Mail 28 Alter, komm Deutschland Der Rex kommt auch hinterher Ja, moin Aber der ist so dumm und schwimmt erstmal noch hinterher Ja, geil Ja, wir können dann doch noch auf der Kanoinsel rübergucken Da darf man gar nicht hin, oder nicht? Doch, da darf man Ich bin dumm Ja, das ist richtig Hast du den Kano hier schon gecheckt? Ja Aber den da vorne noch nicht Der ist Male 16 Das kann doch nicht sein Das ist so eine Missgeburt, das wie Wir können es uns halt nicht leisten zu sagen Wir tamen den jetzt Fahren dann extra nach Hause Machen ein Kind und merken, dass das Kind scheiße ist Wahrscheinlich wird danach Half-Burned Island richtig voll sein mit Scheiße Alter, was sie alles im Arsch haben Oder wenn wir mal fahren, die Female Alpha Tracks Ist ja auch geil los Ja, aber ohne Scheiß Wie viele Alpha Rex hier rum Eiern Das ist echt krass, finde ich Ja Auch Raptoren und Kano Das ist auch Viel Ja, Alpha Kano Male Level 6 Ja, ich fahr jetzt mal Kanoinsel rüber Weil Ja Normalerweise müssten wir jetzt durch sein Ach Nee, egal Ach, Boothuern so Alter, wilder Komm, Boothuern Schubst du da genau hier vor Ja, hier ist halt einer unten Ey Eis, ob der so viel Damage gemacht hat Oh nein, du Hurensohn Ja, Ghost Können wir mal sagen Ich brauch mal ein neues Boat, ne? Nee Ähm Scheiße Komm Kannst du grad gucken Was die für ein Level sind? Riechse Ja Ja Einmal mit 7 Und einer dreht ab Der ist der mit 42 Wer ich abdrehen Perfekt Ich hab nach der Pause die Aufnahme nochmal angemacht Vorher auf der Lava-Insel liefst du auch noch Aber jetzt irgendwie ist er ausgegangen Hallol Richtig frech Und irgendwie hört meine Tastatur auch hin und wieder einfach auf zu rennen Also das ist vielleicht echt mal eine richtige Tastatur hin Ja Oder eine andere Eine neue Eine neue 7 Euro Tastatur Genau Nee, ist ja, also du hast ja recht Eigentlich hätte ich mir halt ernsthaft mal eine richtige geholt Ja, muss man halt nicht Aber ich hab halt irgendwie keinen Bock 200 Euro für die mega heftige Mech Mechanische Tastatur auszugeben Aber ich hab halt auch keinen Bock Ja, mir dann irgendeine Kacktastatur deswegen zu holen Und Leute, links ist auch einer Ja, nice Ja, lass nicht da lang, oder? Ja doch, YOLO Loll Ja, wir haben ja Grapplinghocks Und dann können wir halt da vorne Oder warte mal, wir können dann eigentlich auch hier hochlaufen Weißt du Ich zum Beispiel Ich hab auch nur 120 Moment, das du auskriegst Ja, und die ist auch gut Ja, gut Hier mit Chroma-Beleuchtung Ohne Chroma kostet sie nur 80 Aber ja, gut Ja, also Beleuchtungsscheiß ist mir halt eigentlich ziemlich egal Also, keine Ahnung Meine Maus leuchtet halt auch Aber Meine auch Easy Ja, keine Ahnung Alles muss leuchtet Finde ich halt auch ziemlich unnötig Ich mein, ursprünglich Hat meine Maus ungefähr so geblinkt Wie so ein scheiß Weihnachtsbaum Und ich hab mir nur so gedacht Was soll der Scheiß? Meine Tastatur leuchtet Rainbow Alter Ja, das würde mich voll irritieren beim Zocken Wenn er die ganze Zeit irgendeine Scheiße Also Das ist geil Guck nach unten und freu mich Ich hab so viele Features Das ist echt geil Außer was bei dem ein bisschen kacke ist Dass er so kacke ist Nein Eigentlich ist sie geil Hätte er rein durch auch ohne Chroma nehmen können Er könnte jetzt hier nur grün leuchten Immerhin Jetzt hab ich ja eine Chroma Die auch deutlich teurer Ja, gut, okay Grün ist halt bei Beleuchtung Das ist mal eine Farbe Weil alles andere schon blau leuchtet Also Müsste ich dann natürlich auch Ja, ich mag auch gerne dieses blau gestreift Was drüber geht Aber Problem ist Dann leuchten manche Tastaturen nicht Also manche Tasten halt nicht Weil das so wie eine Welle lang geht Und dann sehe ich ja Manche Tasten halt nicht Auch wenn ich es auswendig kenne Aber Ich sehe sie nicht Wenn ich gucken sollte Okay Lass ihm nicht Rainbow Die werden halt wahrscheinlich Bären haben Weil hier direkt gegenüber auch eine Bärenhöhle ist Alter, ich hab kein Stemina Wir müssen halt echt ein bisschen aufpassen bei denen Ja, ich will halt nicht noch heute sterben Ja Oder wollen wir uns einfach auf den Pillar da hochgrappen gerade Ja, oder? Ja, lass es mal machen Das kostet halt schon wieder Grappling, Hox Das kostet schon wieder Metal Ach man Ganz hoch, oder? Könnten noch erstmal hier rechts Ach obwohl Ne, lass ganz hoch Na ja, gut Die Zwischenebene Hier tut es auch Schätze ich mal Wenn man wirklich was sehen könnte Scheiße Sag mal Loll Ah hier glaube ich Hier ist gut Ich weiß, ob es bei denen auch schon wieder viel zu warm ist Ist das der in Ernst? Nein Ist die Bässe gesprengt? Die, die, die ist für uns auch hart angedamaged Ja, die sind hart Das ist halt vor allem die Stromficker Scheiße das Grauen Wollen die vielleicht gerade eben angegriffen? Deswegen sind die gestorben Und mit eben mit Fallschirm überspringen auf die niedrige Erhöhung Erhöhung Ja, aber lass mal die Rechte nehmen Ja, die meine ich ja Okay, ja Ich bin nur von vorne Loll Alter, ich war schon weiter mit Fallschirm Alter, wegen dem fucking Lack, ne? Ich bin halt fast hier unten reingefallen Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt halt unten Äh Ich schmier ab Hast du kein Craplink? Ich will keinen Nutzen Achso Ja, ich muss da einen Nutzen Sonst werde ich ein Loch rein Ja, ich lauf hier irgendwo rum Ja, die sind hier nicht mehr, glaub ich Sind doch niemals mehr Ja, wir können ja mal reinschauen Auch geil Nee, ich weiß keiner mehr Der Argy ist halt vor Und wie lange ist er? Ist auch schon eine Zeit lang her, dass der gerappt ist Ja, hier ist auch nix mehr Ja, die waren safe ausgenommen Die Smithies, die ja alles Nix ist da drin Krieg das Zeug halt auch arsch viel Schaden Hm Okay, wow Reparatur Reparaturarbeiten, Pix Ähm Sollen wir mal gucken, wie in der Nee, Lava-Hinsel können wir da unten ja auch hin Du richtig auch gucken Ah nee, die Base haben das Kacke gelegen Oder wollen wir in Die andere Richtung nochmal weiter Wo wir vorher gegen Arthur gefeiert haben Nee, nicht Ja Gegen wen? Achso Ja Gegen den Bären Einfach mal auf so einen Piller darüber springen Mal gucken, ob wir da eine Base irgendwo erspähen Hm Wollt grad sagen Ja, it's okay Werde ich ihm da asozial Bis zum nächsten Mal